Hallo, ich habe also mal wieder den Fallout 76 Battle Royale Modus Nuclear Winter gespielt, bevor der dann demnächst aus dem Spiel entfernt wird. Ja wirklich, die Geschichte dahinter ist genauso traurig wie eigentlich alles bei Fallout 76. Man braucht mal wieder die Serverkapazitäten und man möchte ja auch in keine neuen Server investieren, das kostet ja Geld. Nein, da machen wir es genauso wie damals beim Survival Modus. Wir entfernen den PvP-Content, in diesem Fall halt Nuclear Winter, um mehr Serverkapazitäten für Fallout First Content. Damals in Form von Private Lobbys, diesmal in Form von zusätzlichen Custom Lobbys für die Fallout First Rentner, die da reinpayen, zur Verfügung zu stellen. Das ist doch wieder grandios und typisch Bethesda, ein Trauerspiel ohne Ende, das Game wird immer schlechter. Die einzige Sache, die sie jemals richtig gemacht haben mit Nuclear Winter, wird entfernt. Es ist echt grandios. Aber nicht das Hauptthema des Videos. Nein, nein. Ich habe nämlich, während ich hier diesen Modus gespielt habe, den größten Vollidioten getroffen, den ich jemals in Fallout, wenn nicht jemals überhaupt, in einem Spiel getroffen habe. Und das ist der Action und hier ist seine Geschichte. Ja, wo ist er denn? Er sitzt leider in irgendeinem Busch, so ist es nun mal, wenn man eben die ganze Zeit nur wie der größte Rentner in einem Busch kämpft. Dann ist er eben nur der Nebencharakter in seiner eigenen Story. Mehr hat er nicht geschafft. Der Hauptcharakter ist wohl eher die Brandbestie, die da oben rumfliegt. Eine sehr fragwürdige Mechanik in einem Battle Royale, weil die da oben halt rumeiert und langsam aber sicher mir die Leben wegschießt und traurigerweise sogar teilweise hier durch die Deckung, durch den Baum, da um die Ecke, mir noch Hits drückt, die dann langsam aber sicher meinen Heal und eben auch meine Leben etwas runterziehen. An sich hätte ich, nachdem ich das eine Team da komplett alleine umgebracht habe, noch genug Heal gehabt für einen Endfight, aber mit der Brandbestie gestaltet sich das alles doch etwas schwieriger, vor allem, weil ich halt auch nur eine Shotgun habe und damit die abzuschießen eine Weile dauert. Unmöglich ist es nicht, ihr seht's ja. Es ist nun halt leider recht anstrengend. Und was heißt anstrengend? Wenn man ehrlich ist, ist das unter Fairness-Gesichtspunkten, gerade in einem Battle Royale, eine riesige Frechheit, dass so ein Viech in die Endzone rein spawnt und einen random ausgewählten Spieler absolut um sein Leben belästigt. Der hat dann die Wahl, ob er's bekämpft oder ob er's ignoriert. Das eine führt dazu, dass er zwangsweise früher oder später stirbt, wenn das Ding genug Damage gemacht hat und wenn er's bekämpft, ja, dann ist er voll abgedenkt und dadurch, dass die gut sichtbaren Attacken der Brandbestie da über ihn niederregnen, weiß auch jeder, der in der Endzone ist, wo dieser Spieler ist und wo er dann mal eben hinschießen sollte, um den mal eben kurz zu beseitigen. Sowas juckt den Action natürlich nicht, denn der sitzt eh nur in seinem Busch da unten, wo ich ihn eben mit einer Granate angehütet habe. Aber ja, da hatte ich schon das erste Mal Pech. Das zweite Mal Pech habe ich jetzt hier mit der Zone, denn wie ihr sehen könnt, ist die Zone leider hier genau an der Kante. Hätte ich ein bisschen mehr Glück gehabt, dann würde die nach oben hochgehen und er würde jämmerlich da unten verbrennen, so wie er's verdient. Nein, YouTube, bitte kein Hassrede-Strike. Ich meine natürlich nur im Spiel, ne? Da unten ist Feuer, das seht ihr, YouTube-Menschen? Gut, sehr gut. Nur im Spiel, ganz sicher. So, wo waren wir stehen geblieben? Die nächste schlechte Mechanik von Fallout 76. Ich meine nicht das Bauen, sondern dass man nicht ausreichend weit nach unten aimen kann. Weder in Third-Person noch in First-Person kriege ich hier den Winkel, um so den Punkt da abaimen zu können, wo er im Busch sitzt. Da müsste man sich am Rand drüber bauen, aber wenn ich da baue, dann macht das Feuer direkt das Gebaute wieder kaputt. Das klappt also nicht. Die andere Option wäre, runterzugehen, aber das ist mit der Kante da ziemlich tödlich, was den Fallschaden anbelangt, vor allem, weil ich keinen Heal habe, um mich vorher noch vollzuhallen oder in der Zwischenzeit mich irgendwie weiterzuhallen. Das heißt, wenn ich da unten ankommen sollte und das überleben sollte, bin ich dann so Todesweak, dass ich ein Freakill bin. Das ist also auch keine gute Taktik. Ich hab also gehofft, dass irgendwie hier bei dem Schließen der Zone er da unten trotzdem noch verbrennt, aber leider sieht das nicht so aus. Und so sterbe ich dann schlussendlich am Fallschaden, und der Action sitzt da unten und hat ohne einen einzigen Kill in der Runde das Match gewonnen. Da hat der Rentner sich richtig gefühlt. Er hat endlich mal eine Runde gewonnen. Das ist für den ja ein ausnahmslos seltenes Ereignis. Da hat er mich erstmal angetextet und hat's richtig toll gefunden, damit zu flexen, was er doch da für eine tolle, leistungslose Leistung vollbracht hat. Und gerade wegen sowas verachte ich zufällige Mechaniken in Spielen, ganz besonders in einem PvP-Kontext, wenn sich dann zufällige Dinge auf den Ausgang eines Kampfes auswirken können. Denn sind wir ehrlich, der Trottel da unten hat überhaupt nichts für den Ausgang des Kampfes beigetragen. Das war ausschließlich basierend auf drei Zufällen, die ihm zugunsten kamen. Punkt 1, die Location der Endzone da an der Klippe. Punkt 2, die Brandbeste, die mich vorher angegriffen hat. Und Punkt 3, dass die Mitte der Zone, wo die dann schlussendlich kleiner wurde, auf der unteren Seite war und nicht auf der oberen. Sehr zu meinen Freuden hat das Glück dieses Rentners aber auch Grenzen. Denn da Fallout 76 nun mal nicht allzu viele Spiele hat, war er in der nächsten Runde wieder in der Lobby. Und glücklicherweise hat er's geschafft, sich wieder bis zur Endzone irgendwo zu verstecken, wo er dann auf mich getroffen ist. Und diesmal in einer Zone, in der man auch gescheit kämpfen kann. Und seht ihn euch an, wie er da angeeiert kommt. Obwohl ich sogar seinen Teammate noch zuerst erschossen hab und er damit einen Vorteil hatte, zu checken, wo ich bin. Nein, der checkt einfach überhaupt nichts. Der eiert darum wie der größte Lost Boy. Ja, Instant Karma, ne? Zuerst super cocky mich anschreiben und sich fühlen und dann direkt darauf richtig auf die Fresse bekommen. Du kleines Opfer. Aber wir haben, was ihn anbelangt, Peak-Behinderung noch nicht erreicht. Und eigentlich muss man ja sogar Mitleid mit ihm haben. Ich mein, der spielt echt viel. 45 Plasientrophäen. Der spielt viele Spiele. Und dann 6.250 Stunden Spielzeit in Fallout 76. Das sind etwas über 260 Tage. Und dann eiert der da so völlig lost in der Gegend rum. Was ist mit diesem Jungen falsch? Offensichtlich ist sehr viel mit ihm falsch. Bei 6.250 Stunden in Fallout 76. Das ist so hart. Selbst ich weiß nicht, was ich dazu noch sagen soll. Und das ist weiß Gott selten der Fall. Mein Beileid oder so. Keine Ahnung. Lest euch einfach mal durch, was der ja so schreibt und vergleicht das mit der Realität im Video. Das ist bei dem nicht nur Realitätsverlust. Das ist ein völliger Verlust der geistigen Fähigkeiten. Anders kann man das nicht mehr erklären. Hör, da hab ich ihn schon wieder gekillt. Ich hätte ihn auch gerne noch ein paar Mal mehr gekillt, aber der stirbt leider vorher immer an irgendwelchen Randoms. So ein Pech aber auch. Aber wie der Zufall ist, so will und wie ihr vielleicht gesehen habt, spielt er ja auch GTA. Wenn ihr ihn mal in GTA seht, könnt ihr ihn ja mal von mir grüßen. Ich hoffe, das Video hat euch gefallen. Bis zum nächsten Mal.